moin moin und herzlich willkommen zu einer nächsten stadtrunde aber heute nicht sinnlos in die stadt fahren sondern schon mit einem ziel sozusagen und zwar will ich mir mal knieschleifer hosen kaufen mal sehen ob die was haben ich habe das letzte mal geguckt es wäre geil wenn wenn die hose auch direkt mit meiner jacke harmonieren würde also sprich wenn der reißverschluss von der jacke an die hose passt das ist leider nicht einheitlich von daher müssen wir hier auf gut glück hoffen dass wir was finden warum das ganze weil ich eigentlich mal vor habe noch in diesem sommer mal ein kurventraining zu machen und da auch mir gerne mal das knieschleifen zu gemüte führen wollen würde ja das passt heute ein bisschen windig ist es um die beine um die schuhe weil ich mir auch jetzt nicht meine lederkombi komplett angezogen habe also ich habe eine jogginghose an und ja turnschuhe sneaker wie man das nennt bin ja schon alt und nicht mehr da jugendsprache mächtig so wir achten auch schön auf die geschwindigkeit muss eh noch warm gefahren werden von daher will ich das arme baby jetzt auch nicht überstrapazieren ja ansonsten heute wieder auf der baustelle mal locht wird ja die garage für mein mäuschen an der arbeite ich ja also nicht nur für mein mäuschen sondern auch noch für mein anderes mäuschen für das frauchen sozusagen die dann ihr auto dort mit rein stellen möchte hab drei stunden echt mal locht und dann guckst du dir das resultat an und denkst du ey alter maximal eine halbe stunde muss ich ja einen schlauch ins kellerfenster legen weil wir draußen keinen wasseranschluss haben noch nicht will ich mal irgendwann mal in zukunft mal planen ob wir mal sowas uns zulegen noch für draußen für den hof momentan erstmal nicht von daher in keller gehen wasser aufdrehen dann wenn es fast voll ist wieder runter gehen wieder zudrehen wieder hochlatschen das sind alles so kleine arbeiten die der gnädige herr eigentlich mit machen könnte aber er macht es halt nicht ach du scheiße was ist denn da schon wieder passiert ach voll auf die kante hochgefahren alter wie geht denn sowas ich meine ich will es gar nicht wissen ich will es auch gar nicht probieren ich habe hier unten hier unten stand schon mal einer der war voll ich weiß nicht wie der das geschafft hat keine ahnung da stand die halbe kache auf dem fußweg oben und das ist ein absatz von 20 20 cm locker ja heute ist schon ein bisschen mehr los in der stadt ist auch unter der woche es ist mittwoch wir haben es 15 uhr 33 einige werden jetzt auch schon von der arbeit nach hause fahren so jetzt zu louis louis mein bester ich will knieschleiferhosen hoffentlich habt ihr was geiles im angebot ich will mir eigentlich nicht noch eine jacke dazu kaufen oder so oder so ein ganzkörper konturm will ich eigentlich auch nicht bin schon ein paar mal mit den schuhen gefahren da unten die sind auch kaputt durchs schalten irgendwie glaube ich was das hier tatortreinigung einsatzfahrzeug junger so hier ist der bahnhof hauptbahnhof halle saale bitte alle aussteigen hat die kitty ist geil na gut dann eben nicht die ampel halt hat uns gelockt mit einer grünlichen farbe um uns dann jämmerlichst zu verarschen was haben wir hier hinten hombach ok hombach ja unter der woche ist ja mehr los als am wochenende am sonntag aber ich habe echt gedacht am sonntag das fand ich schon eine schwache leistung dass am sonntag so die restaurants da alle zu hatten in der einen straße wo wir zur oper hochgefahren sind gerade am sonntag wenn die leute mal irgendwie bock haben zu flanieren aber scheinbar hatten sie auch kein bock weil war ja keiner draußen die 34 leute die wir gesehen haben so gleich bei louis tränker kaufen uns bergsteiger ausrüstung dann hatte ich heute ja doch heute oder gestern ich weiß nicht gestern hatte ich angerufen bei meinem bei meiner werkstatt des vertrauens also bei fahrzeughaus täuscher das ist ja auch hier hinten wenn du gerade aus weiter fährst wegen der durchsicht die war ja die erste war bei 1500 kilometer jetzt haben wir 4400 und aber meine neue bei 12.000 ist dann die nächste ok 12.000 kann man noch ein bisschen fahren hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht dass das noch ja dass das so lange dauert ich hatte schon ein schlechtes gewissen ich dachte mir vielleicht ja 1500 und dann vielleicht die nächste bei 3000 oder so schönes ding ja die kawasaki stehen nebeneinander schön gefällt mir auch von der farbe her alles ja aber wie gesagt ich will meine jetzt glaube ich erstmal so lassen und versuche ja auf die dings zu sparen auf die bmw deswegen will ich da jetzt auch noch kein geld jetzt erstmal in eine andere lackierung investieren und so schlecht ist sie jetzt nicht ich meine ist jetzt nicht der brüller sozusagen aber es passt schon sie sieht so schlicht schlecht aus so hier die zwei kameras geil so schönes ding so habe ich die aufnahme läuft so jammer louis da kannst du draußen sitzen werde ich mich nach unten hinsetzen eine qualm so und ich habe auch schon eine idee wenn ich von louis wieder raus bin dann werde ich mir erst mal eine schöne pizza können ich wollte eigentlich zum zum don't worry be curry aber nähe hier und die straße zurück ist eine wunderbare geile pizza bis gleich leute ich war jetzt ein stück mit euch mit vor aber ich war dann eine pizza essen eine stunde später aus muss ausgeschildert sein b 80 zwei stunden später ja ich weiß es auch nicht da stand letztens auch erinnern mit dem bike da ging es trotzdem nicht ja die scheiß ampel will nicht 2000 jahre später 1 2 3 2 3 3 3 3 5 ah so so hier ist die pizza Freddy Fresh Pizza geil ich liebe die das war's bei Freddy Fresh oh da der Matze im Spiegel war die Pizza lecker ich habe die ganze Pizza aufgefressen oh jetzt bin ich voll wie eine Sau ich platze aus allen Nähten aber war super lecker geilste Pizza schade aber keine Hose bekommen wir hatten eine in der Größe 24 ich habe keine Ahnung was das bedeutet war mir aber zu eng sozusagen auch an den Beinen oben ging es eigentlich am Bund heißt das Bund naja am Bauch so aber war halt an den Beinen sehr eng und wir haben auch keinen passenden Reißverschluss dazu gefunden also das sollte ja mit der Jacke hier zusammen passen hat leider nicht geklappt ähm was war das Vanucci glaube ich Vanucci ist inkompatibel zu Büser so dann hat er noch eine Hose mit Jacke gefunden aber aber die Hose 79 Euro und die Jacke glaube ich so knapp 80 also es war Abverkauf von dem und da war aber die Hose von den Beinen her super war nicht zu eng war nicht zu weit also saß genau richtig aber oben am Bauch da hätte ich mir meine 80 Kilo hätte ich ja doch noch behalten dürfen müssen keine Ahnung jedenfalls war das da hätte ich fast zweimal reingepasst naja übertrieben gesagt ja schade hat also nicht geklappt dann war ich schon am überlegen ob ich mir so eine Racing Kombi hole also wo Hose und Jacke alles eins ist aber eigentlich mag ich es nicht so sehr weil wie jetzt zum Beispiel habe ich halt die Hose ausgezogen ich habe jetzt nur die Jacke an und das reicht mir auch die Hose die Hose schade und das war die Hose und die 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 Bis zum nächsten Mal.